du kannst nicht besiegen noch oft genug ich bleib ich bin und bleib eh nur von daher hast du schon keine angst alles klar hier nexus weiß ich bescheid dann wo am ersten wirst du beischauen bis zum nächsten mal ein freund hey fox grüß dich selber schön dass du da bist genau vor der arbeit schaust du noch mal kurz rein und wunderst du dich weil wir immer noch wach sind mal schauen ob es morgen auch so ist nächstes dann schlaf schon und träumen süß box 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 ach so alles klar danke nun hätte ich gar nicht gecheckt habe ich gar nicht zu gehört hier ja das machen wir hätten formel 1 zu box box alles klar merce dir dann boxen wir mal nein vor jetzt lasse mich nicht überholen das ist der form in der box kommt schon bitte jetzt kevin was machst du wieder und jeder dieser kevin hey also kevin mein freund hier ist nicht nett von mir das wird wieder vor der box überholen lassen dann warte ich auf ihn weil er rausfahren muss vorher ich gucke abends immer ob die streams weil die so geil sind hey geil äh merce das kompliment und ich lese gern da die texte weil sie auch so geil sind ja ich bin ja auch ein noob und scheiße ich hätte das mal üben sollen hier im training jetzt rausfahren habe ich vergessen aber diese ausfahrt hier was für eine kurve kommt jetzt ach so zwei links mit drei links war es okay und dann kommt zwei rechts alles klar vor der tiefgarage war ich da ja der kevin der kevin macht mir über das leben schwer lade ja hast du verpasst was bestimmt wieder in whatsapp hier mit irgendwelchen leuten am herumturtel jetzt es gibt es ja so geht das hier denn kevin er 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 die du heißt eigentlich das mag ich auch so also selber gilt für mich oder mehr oder weniger du mich auch also im liebensinne alter der knopf ist hinter mir ein knopf belästigt mich hilfe nicht versuchen zu knöpfen was ich aber echt sehr sehr gut der kevin da ist er wieder der mich verarscht der mich überholt in der box was ich aber echt sehr sehr komisch finde ich war von anfang an zweiter und hinterher was leute die ich habe meine sachen gepackt da du weißt doch manchmal ärgere ich dich doch auch aber nicht jetzt hey kobe servus grüßte aber sehr sehr strange my friends von anfang an von dem start da war ich zwei runden hinterher und was ich auch sehr sehr komisch finde wenn ein safety car ist und so sagen wir mal du bist ein oder zwei runden hinterher fährst du zwei runden im safety car und bist immer noch zwei runden hinterher mit dem sprit und ich fahr dann gemütlich im dritten gang natürlich vom safety car also irgendwas stimmt da auch nicht läuft das schief weißt du nicht wie er was für erfahrungen er gemacht hat ja muss ich wohl gell nein nein aber nicht jetzt scheiße habe ich mich verguckt hier fahrt einmal kurz nicht aufgepasst du musst das lernen du musst fahren und nicht hinzuschauen nicht auf die strecke trotzdem außer nicht fahren ja mix one ja mix one ich weiß komm die kette müssen wir wieder kriegen hier zumindest ds würde ich kriegen in der nächsten zone wenn ich die kurve nicht versauen müsste ich es da kriegen wo wieder abzieht kevin kevin mein freund ja ich stell gleich auf mager ja aber ja weil es finde ich komisch mit ihm ja 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 ne das war von Anfang an auf mager also das war von Anfang an so von dem start an normalerweise wenn ich wenn ich im Rennen auf Fett stelle verpardon dann komme ich dann auf Minus aber so jo bin da mein Lader ich gebe mein Bestes ja ich stell schon auf mager gleich ich wollte jetzt nur ein bisschen Abstand zu diesem komischen Cap aber was ich sowieso nicht schaffe weil Kevin halt hier immer so sehr sehr penetrant ist von hinten so hey Psyche grüß dich ey kein Regenrennen mein freund Psyche kein Regenrennen sorry ich kann dir jetzt kein Regen bieten wie sonst ich hoffe du bist nicht enttäuscht Psyche wollte schon wollte schon anfallern weil ein Regen ein Rennen ohne Regen war letztens das ist ja nicht gewohnt ein gewohntes Bild ne das ist eigentlich kein Fehler von der Mod weil ich hab die Mod ja schon immer drauf gehabt das hat immer ganz gut geklappt das ist auf Sonne eingestellt wunderbar genau Entschuldigung Gut Okay Zeitzeugung please you much break safe Psyche 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 aber echt heftig mit der beschleunigung kommt überhaupt nicht hier von der stelle loki müsste da sind eigentlich oder zockt selber irgendwas aber kommt nach ein es muss doch machen so dass benzin runter gehen oder nicht also ich meine es muss langsam passen eigentlich mit dem ich kann sich dann auf mager fahren ganz zeit doch eine runde okay passt ein und habe ich schon gut gemacht alles klar loni jetzt müssen wir es dabei schauen bis zum nächsten mal ich schätze mal formel 1 ist nicht so dein ding war aber mach dir nichts kennst mich ja ich zeig ja alle genres hier und hier muss ich halt viel üben alles nicht so einfach wenn man so ein projekt anfängt wie formel 1 aber gex is faster than you naja geht so hatte zwei tage pause und hey ich habe gesagt ich spiele jedes jedes spiel möchte ich ja durchspielen na klar gags tv also gags 1980 der link ist unter dem stream ja die wo also ich habe ja gesagt hier manche spiele dauern länger manche sind weniger halt und ich habe auch immer gesagt ich spiele das was mir gefällt und was euch gefällt und das hat ziemlich guten anklang bei mir und bei euch für eine formel 1 von daher und um formel 1 durchzuspielen muss ich in einer Saison erster werden es ist genauso wie wenn du ein spiel anfängst und das Torjot nicht durchschaffst dann du mit mir aufhörst und da ich halt noch mal ein anfänger bin muss ich an alle strecken lernen ist nicht so einfach das heißt für jede strecke brauche ich ungefähr meine drei stunden eine bis eine halbe stunde lernen dann halbe stunde quali und dann eine stunde racing bei 19 strecken kannst du sie hochrechnen weißt ich zog eigentlich gar nicht zum handy du wenn die habe ich nur meistens für video schauen für whatsapp und wir haben telefonieren hat eigentlich auch nicht selten und für navi im auto halt falls ich mal auto fahren sollte ich habe letztes mal ein handy game gesehen mit bekommen was eigentlich ganz gut sein sollte das könnte ich sogar vertrete streamen vom handy ja ne jedes season hat die 19 rennen zu jedes season hat die 19 rennen und ich bin jetzt gerade erst mal im letzten rennen dieser 1 season kein problem und der link ist ja auch unten am lasst euch am besten auch bei youtube die playlist immer anzeigen weil die einzelnen videos lade ich hier hoch auch von mehreren quellen gleichzeitig von daher passt die reihenfolge nicht und in der playlist passt die reihenfolge aber das mit diesem sprit passt irgendwie echt nicht leute sorry aber dass ich mich jetzt hier quälen muss auf mager ich verrunde fahr ich noch schon auf mager hier oder ist das set up so so aggressiv oder ist das set up so 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 aggressiv